Herzlich Willkommen zu einer neuen Vorrest-Folge. Für Vorrest-Folge, besser gesagt. Ja. Ihr mit Concorde. Hallo. Ähm. So, äh. Grill jetzt mal was. Ja, genau. Grillen ist ne gute Sache. Gute Idee. Weil ich hab Hunger. Ich auch. Oh Gott. Dann hol ich mal das Fleisch da rein. Oh, ich hab nen Hasen noch reingepackt. Ich grill einfach nix. Ich ess gleich. Haha. Was hast du da genommen? Ist das immer der Fisch da? Das kann man nicht gleich essen. Wenn da einfach nur E steht. Ich weiß es nicht so genau. Weil wenn ich jetzt E drück. Ja, ich drück jetzt lieber nicht E. Musst immer die Sachen, die nehmen, die länger hängen. Weil du trocknest die Kacke ja. Jaja, klar. Was tust du trocknen? Ne, einfach das, was dunkel ist. Das müsste dann vielleicht funktionieren. Naja. Ich brat's jetzt einfach mal. Ja. Ja, unser Boot. Das gibt's doch nicht. Was? Okay. Ja, jetzt musst du aber jetzt dieses Ding wieder da schon, ne? Weil ich versuche gerade hier unser Boot richtig rein zu steuern. Ach, jetzt. Ach, ich lass das einfach so. So. Hey, ist auch kaputt. Wieso ist das bei uns alles kaputt hier? Das kann doch nicht sein. Ich hab ein bisschen Durst, da haben wir was zu trinken, ne? Jawoll. So. Uh, da wächst auch schon was. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, aber du musst aber diese Türen jetzt wieder löschen, ne? Weil wir haben jetzt rausgefunden, dass wir diese, diese Balken, die wir da in den Folgen mal ausprobiert haben, dass das jetzt doch ein Tor ist. Ja gut, aber eigentlich, die Türen sind ja gar nicht mal so schlecht. Die kommen ja da gar nicht durch, oder? Bei den, bei den Türen kommen die ja nicht durch und der Defensive Fall, der, der Tor, das Tor ist auch nichts anders eigentlich. Nur, dass du da immer E drücken musst, um rein und raus zu gehen. Na gut, dann lass mal das. Lass einfach. Das ist... Das passt dann, ja. Schau mal schnell bei den Fallen nach, ob da irgendwas reingegangen ist. Wer macht das? Natürlich nichts. Auch nicht. Nur den Stein da raus. Oh man, das dauert immer so... Der verbraucht ganz schön viel Ausdauer, um so einen Balken, äh, Holz... ...baum zu fällen, echt. Ja. Aber ich glaub, die wachsen nach. Na, gar nicht sehr. Oh, Alter. So ist denn ne Baum da? Ich weiß nicht, ob die... Der, den hab ich eigentlich jetzt mal weggeholzt und der steht schon wieder da. Muss ich wieder weghauen. Na, so richtig nachwachsen glaub ich du nicht. Das sind immer so kleine Büsche, aus denen kriegst du Sticks. Ich weiß nicht, wann man die in Ruhe lässt, ob da ein großer Baum raus wird. Ja, doch. Ich glaub, da wird ein großer Baum, wenn man... ...daher kommt, dass es ein Stick dazu nicht groß ist. Naja. Sehen wir ja dann. Ich mein, das wär aber auch manchmal ein bisschen suboptimal, weil wenn ich jetzt extra mit Absicht hier alles wegholze, damit ich dort bauen kann, weißt du? Ja klar, aber ich glaub, wenn du da was hinbaust, dass du da vielleicht nichts mehr wächst. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht. Naja, das sehen wir ja dann. Ach, hast du auf die Uhr geschaut, ungefähr? So ungefähr, ja. Ja, also. So, was nehmen wir uns eigentlich die Folge jetzt vor? Ja, ich würd mir ja mal die Defensive Fall versuchen fertig zu kriegen. Ja. Okay, wir schaffen wahrscheinlich die Folge nicht. Aber da könnte man schon mal ordentlich... Ach, Alter. Kann schon. Ja, genau. Pass auf die nächste blüte Baum. Hingeflogen. Ich weiß das, wenn die immer so ehrlich zu weit rollen. Ich sollte mir vielleicht echt merken, welche Bäume ich denn mache. Ihr Colts, weil irgendwie sind jetzt... Ach, da liegt es ja. Ähm. Aber wir könnten ja auch irgendwann dann mal die eine Höhle da erkunden, weil irgendwie... Das möchtest du ja schon nochmal reinzugucken? Ja, mich auch, aber... Ja, Gott sei Dank. Irgendwie traue ich mich auch nicht, weil ich dann Angst habe, dass wir dann verrecken. Ja, ich auch. Wir müssen halt speichern vorher, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt den Zuschauern lieber wäre, ne? Stimmt. Wenn wir sterben, ob wir da von vorn anfangen, oder ob wir da einfach beim letzten Speichelpunkt, ähm... weitermachen. Am besten, ihr sagt es uns einfach. Ja, das wäre wirklich optimal. Weil... Ich denke, von ganz von vorne, wie der Anfang ist... Ja, das ist schon... Kann ich mir auch vorstellen, dass das... Vielleicht auch so ein Flangenweil ist. Klar, man weiß dann... Man kennt das Spiel dann besser und weiß, wo ungefähr wo es ist und wie es funktioniert, aber... Ja. Ja. Ist der Wind zu laut? Oh. Ich glaube kein Wünsch. Was war das? Ey, ich weiß nicht. Ähm... Ich würde halt... Wie ist das eigentlich, wenn... Wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe, ne? Man hat ja noch einen Versuch hier dann, ne? Da spawnt man ja in der Höhle, ne? Ja. Ja. Ähm... Und wenn ich dann den Höhler spawne und wieder sterbe und du nicht, wie ist das dann eigentlich? Kann ich dann einfach wieder nochmal bei der Hand fahren? Oder... Das ist eine... ...berechtigte Frage und ich kann sie dann einfach nicht beantworten. Ich... Hab keine Ahnung. Das habe ich mich echt gefragt, weil wenn ich jetzt zweimal sterbe... Kann... Als wenn's blöd läuft, dann bin ich echt dann alleine in der Welt, ne? Wenn's das wirklich so durchziehen jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also... Es wäre echt ekelhaft eigentlich. Ja. Vielleicht fange ich dann nochmal von vorne an und überlege, äh... Hab nochmal so ein Flugzeugabsturz, aber lande dann in deiner Welt oder so. Keine Ahnung. Das könnte vielleicht die beste Lösung sein für das Problem. Weil ich meine, wir könnten ja jetzt... Wir könnten doch theoretisch noch jetzt andere Leute einladen zum Spielen, oder? Und wie kommen die dann näher? Die müssen ja auch nochmal den Flugzeugabsturz erleben. Stimmt eigentlich, ja. Das müsste wahrscheinlich irgendwie sowas dann sein. Und dann hat er halt noch nichts, ne? Ja. Ja, es ist... Keine Rüstung, nichts. Apropos Rüstung, ich hatte... Ich hatte ne Rüstung an beim letzten Mal. Ja, ich glaub die... Die speichert irgendwie nicht mit... Ich hab irgendwie da so... Oder es geht kaputt nach ner Zeit. Ja, entweder das... Ich hoffe mal, dass es das ist, weil... Mit speichern wäre blöd. Ah. Na gut. 146 Loks. Wait, wait, wait. Ja, da haben wir noch was für uns. Dann seh ich schon kommen. Wir hatten ja schon mal über 200, ne? Oh Gott. Hm? Ja komm her du Spast. Ich mach die Flotte. Komm, komm her. Haben wir Besuch oder wie? Ja. Und weg ist er. Bleib unten. Schmeiß das mal in das Feuerzeug, weil ich mag mir vielleicht mal so ne Knochenrüstung bauen. Gibt's doch so ne Knochenrüstung, ne? Gibt's doch so ne Knochenrüstung, ne? Welchen leiden lassen? Inzorn. Ey, lebst du nur noch? Okay, jetzt ist das glaub ich tot. Jawoll. Uah. Ich hab mein' ich hönchen. Da ist noch irgendeine. Warte, ich muss mich mal schnell sauber machen. Oh, jetzt hab ich den Kopf weg. Hä? So, jetzt bin ich schön sauber. Die Axt ist auch wieder schön sauber. Sehr gut. Ja, komm her. Au, alter. Au. Oh Gott. Scheiße macht die viel Schaden. Ich verpiss mich. Ach du Scheiße man. Ja, ich bin froh wenn wir die Wall fertig haben, ne? Oh shit. Oh shit. Ich bin gleich tot. Dann geh zurück ins Haus. Die verpisst dich dann wieder, oder? Ich mach's ja fertig. Ja, okay. Ich hab aber auch nicht mehr so viel Leben. Alter, ich seh nicht mehr. Oh shit. Alter, okay, 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 okay. Alter, bitte sterb mir jetzt nicht weg, ne? Darauf hab ich überhaupt gar keinen Bock. Welche Folge ist das eigentlich? Das ist grad nicht. Ich glaub die siebte, oder? Ich weiß das gar nicht. Die siebte oder die achte Folge. Von unserem Haus. Mach's mal Blatt, man. Ja, ja. Du musst wahrscheinlich nur noch einmal drauf fahren, oder? Ja, ich bin schon unterwegs. Komm her. Ich brauch ein bisschen Ausdauer, deswegen geh ich jetzt erst mal. Die haut schon ab. Komm her, hier bin ich. Du blöder Spasten bissig. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Warte, ich lock's da weg und du hast den Rücken. Warte, warte. Oh ne, der haut grad einfach noch ab. Gott, ich muss das... Ah, durchs Essen tut man auch wieder, äh, bisschen mehr Leben dazu kriegen. Alter, scheiße ist der stark. Ja. Alter. Der war echt krass jetzt. Warte, ich muss das Feuer dann mal wieder anmachen. Ah, da brauch ich Sticks. Warte mal, du musst das... Ja, ist doch wurscht. Du kriegst das Feuer nicht anmachen. Ach, so ein Schmarrn. Scheiße hier, keine Sticks. So ein Sticks. Sehr gut. Mach's Feuern. Wir brauchen Knochen. Burn, burn, burn. Irgendwie könnte es nicht, ne? Kann das sein. Warte, warte. Ja, was, was? Versuch ich's nochmal. Ah, ja, jetzt. So, dann brennt man schön. Jetzt muss ich nicht vorsichtig sein, ich hab nicht mehr allzu viele. Covered in Blut, Wurscht. Okay, mal kontrollieren. Ich hab aber auch keine Medizin mehr, nichts mehr, ne? Ja, ich auch nicht. Upsala. Wir können vielleicht echt mal versuchen, diese Medizin selbstherzustellen. Ja, weil ich glaub, das wär echt mal wichtig. Kann man irgendwie so ne Truhe oder sowas bauen? Nee, glaub ich nicht. Ja, nur für die jäglichen Dinge. Alter, jetzt roll die Bäumstämme runter. Storage, warte. Stickholder, Lockholder, Rockholder. Genau, die ganzen Holder, oder? Rockholder. Ach, man kann auch Rockholder, okay. Ja, jeglicher Holder. Weapon Rack, Small Cabin. Large Cabin. Ah, doch, ich glaub, da kann man... ...was bauen. Und was kann man da rein tun? Medizin und so, und trinken und den ganzen Chaos drüben. Ich glaub, da kann man... ...alles Mögliche rein... ...das wär echt zum Vorteil, glaub ich. Ja, vor allem die Richtung. Wart, ich bau... Ja, ich bau das einfach mal eben, das ruhig da rein, ne? Äh... Da, so. Hä, wie ist das eigentlich so? Okay, so könnte es sein. Locks. Dann hol ich mal schnell ein paar Locks. Ja, bei Himmeln bekommt man durchs Essen wieder ein bisschen gesunder dazu. Ja. Ich glaub, ich tu mir jetzt mal... ...bald jetzt mal ein paar Pfeile kraften. Ich glaub, das ist gar nicht mehr so einfach, äh... ...Federn zu bekommen. Echt schwer. Ja, Federn ist nicht so einfach. Da musst du ja mal eine ganze Zeit Vögel killen. Und die fliegen davon, wenn man einen Vögel killt. Das ist ja noch. Kommt noch dazu. Du musst auch, glaub ich, du musst auch gar nicht mal einen Vogel killen unbedingt. Vielleicht kriegst du ja ein bisschen mehr. Aber wenn da ein Vogel sitzt und du läufst einfach in seine Richtung und der wegfliegt, verliert er eine Feder oder so. Ah, okay. Gut zu wissen. Denke ich. So war das mal bei mir irgendwie, glaub ich. Jetzt pass auf, ich brauch noch eine Lock. Warte hier, nicht irgendwo noch eins. Ne. Da sind noch Sticks, Sticks. Ein Baum noch und dann... Und ja, mal gucken, wie ich Leben krieg, weil... Mit dem Leben brauch ich nicht mehr rumlaufen. Aber ich glaub, durch Schlafen kriegt man oft ja bissl Leben dazu, oder? Ja gut, aber da geht halt auch die Zeit. Ich mag jetzt nicht schlafen, damit ich im Dunkeln aufwache. Dann kann ich wieder eine Zeit lang nicht schlafen, so wie bei dir letztens. Ja gut, ja. Aber ich mein halt, wenn Nacht ist, dann kommen wir ja schlafen, dann müssen wir wieder bis zu Leben haben. Ich denk, da gibt mir wieder voll Leben, oder? Neuer Tag, neues Glück. Jo. Ich weiß jetzt nicht, ob man nur bissl regeneriert, oder volles Leben dann wieder hat. Kann ich jetzt nicht sagen. Hab da ja nicht so drauf geachtet. Oh, jetzt hab ich keine Ausdauer mehr. Kann doch nicht sein, natürlich. Oh, ich würde echt gerne auf der Taste einfach drauf bleiben. Ja. Ja, ich auch. Nervt mich irgendwie grad bisschen. Ja. Das wär echt um einiges Vorteil. Oder und die Waffen und so irgendwie auf Schnelltasten. Das nervt so. Das wär echt geil. 1,2 oder so. Axt, 1,2 Speer. Ja. Wär schon nice. Also das könnten sie ja schon langsam einbauen. Auch wenn es ein Alpha ist, aber... Da hat grad jemand auf mich gehauen. Das sind so viele Rehe und was weiß ich. Das ist echt übel. Was ist denn das jetzt? Hallo? Ich bewege mich nicht. Er kommt mir entgegen. Aber das ist ein Vogel. Eins ja nervischig. Ah, Reh. Reh. Bleib stehen, du Scheiß. Ah, daneben geworfen. Jetzt ist mein Speer im Wasser. Das kann's doch nicht sein. Ich habe auch voll daneben geschmissen. Ah, fast. Fast hätte ich das sein mit Daxer gespürt. Ähm, ja. Speer, wo bist du denn? Ah, da. Nein. Mein Speer ist weg. Er ist im Wasser. Scheiße. Inventor. Ja, ja. Zum Glück kann man die ganz relativ leicht wieder krossen. Ja, Gott sei Dank. Das wär... Ah, Gott, zack. Das ist... Wenigens etwas. Ich würde aber gerne mal erweitern. Den... Den... Speer. Ja. Ich glaube, ich habe ihn erweitert. Aber den Speer kann man doch nicht mehr als Speer, sondern es ist dann so... So, so ein Stab dann irgendwie. Ich weiß ja nicht mehr, ob man damit irgendwas aufpiksen kann. Ist das mein Speer? Ja, das ist... Ah, ich habe wieder ein paar Samen mitgenommen. Da können wieder ein paar Pflanzen, glaube ich. Pflanzen. Ach Gott, zack. Ich verliere die ganze Zeit meinen Speer, wenn ich den werfe. Ich sehe jetzt mal, wo er hinfliegt. Dann gehe ich da hin und dann ist der Speer weg. Ja, du musst bloß auf die Zeichen achten, was man so aufheben kann. Das hilft mir immer ganz gut. Habe ich wenigstens ne... So ein... Ah, ich habe... Also ich habe unseren Schrank gebaut. Also da kann man jetzt Alkohol reinhauen, Medizin, Snacks. Ja genau, das ist das. Das ist geil. Das ist echt nice. Das ist... Ich muss nochmal ein Speer herstellen. Das kann es doch nicht sein, echt. Aber irgendwie finde ich es auch gut, dass jetzt die Welt nicht von Tieren überflutet ist, weil... Dann ist es halt echt wichtiger, sag ich mal. Also Survival-Instinkt dann. Jaja, das ist klar. Das sind drei eingebauten. Weil wie in Creativerse wurde ja dann aus dem Haus raus, zehn Tiere überall. Naja, das ist schon. Ja, die sind in deinem Haus und dann... Na gut, man muss auch sagen, Creativerse war jetzt kein Survival, sondern wirklich so wie Minecraft einfach irgendwo spawnen. Alter, was ist das da hinten? Ein Container. Da ist ein Container. Container? Container, ja. Da sind drei Eingeborene. Soll ich kommen? Da kann ich hochklettern. Ja, die greifen mich unbedingt. Die sind noch entferne. Die sehen mich nicht. Und außerdem klette ich gerade so ein gewünschtes Ding hoch. Da gucke ich mal, was da oben so rumlungert. Alter, irgendwas Elektronisches. Ist ja geil. Ein Motherboard oder so. Ich komme mal zu dir. Guck mal, wo ich stehe. Siehst du mich? Bist du oben auf dem Turm? Ja. Alter, das sieht so geil aus, Alter. Die Weitsicht ist unfassbar geil. Das taugt mir hier oben voll. Ach so, das... Oh, die... Oh, das sind drei Eingeborene. Haben... Die sehen uns noch nicht. Sehen uns noch nicht. Was ist da oben noch? Sollen wir die... Sollen wir die angreifen oder sollen wir die... In Ruhe lassen? Jetzt haben sie dich gesehen, natürlich. Ne, noch nicht. Die sind noch ganz gechillt, ganz gechillt. Der eine hat sich schon so gebückt und hat geknurrt. Da oben ist ja Medizin. Oh, bei mir nicht da. Jetzt... Jetzt sehen sie dich. Du bist im Arsch. Ich lass dich allein. Tschüss. Ja, verpisst... Nein, hol dir jetzt Hilfe. Nein, der rennt zu mir. Oh, das ist ein Vogel. Die Medizin, die war jetzt ganz gut. Aber wir könnten echt mal zu diesem Container dahinter schauen. Ich glaub... Ich glaub, ich hab grad ne Feder aufgehoben. Wie spät ist denn ungefähr? Weißt du das jetzt? Alter, das sind zu viele Schildkröten hier. Ja, aber... Wir brauchen gar nichts. Ich weiß nicht... Für... Für Getränke-Dinge. Ja, aber... Wir können immer nur eins mitnehmen, ne? Also nur eins töten. Okay? Okay, ja. Ach Gott, dieser Verdammter Stein. Oh, Alter. Was war das jetzt? Das war der Stein. Ich hab den weggeworfen. Da wirfst du ihn gegen mich. Holy shit. Hallo? Also irgendwie ist das irgendwie... Das ist voll eklig grad, irgendwie, ne? Du musst das Fleisch noch aufnehmen von der Schildkröte, ja. Ja, würde ich gerne, aber das ist ins Wasser gefallen. Ne, ich nehm's einfach mal das an. Das ist irgendwie voll eklig, ne? Weil man richtig sieht, wie du da die... Schildkröte da gehäutet hast. Was? Ja, das ist... Ekelhaft. Da lege man auf die Köpfe oder so. Das ist echt... Das ist nicht so toll. Wollen wir jetzt noch oder erst morgen früh? Weil wenn wir jetzt dahinter laufen... Ich weiß nicht, ob das fast zu knapp ist. Naja, warte. Das ist jetzt schon bisschen dunkel, ja. Dann bin wir nicht sicher. Müssen's ja nicht riskieren. Ich kann nicht so schnell laufen wie du. Ich hab nicht mehr so viel Ausdauer. Aber gut zu wissen, dass da hinten Schildkröten sind ziemlich viele. Ja, wir sind am Strand. Hier gibt's überall Schildkröten. Ja, aber da hinten waren nicht so extrem viele. Das waren acht Stück oder so. Was, ein Stückchen? Ich hab mir überlegt, ob wir an der Mauer entlang ganze Zeit Feuer machen müssen. Aber wir müssen die hier mal einzeln entfachen. Das ist vielleicht bisschen blöd. Ah. Wo ist denn noch Platz? Da müsste doch noch irgendwo Platz sein. Da oben rennen... Also das hier um den Berg da oben rennen, das kotzt mich schon ein bisschen an, ne? Vielleicht nicht mal zwei mit, halt für... für Speere. Ach, da ist ja meine Bone-Armor. Wir. Äh. Ich hab jetzt ne Knochenrüstung. Ja, ich... Jetzt haben wir auch grad die Knochen. Siehst du die bei mir? Siehst du dich bei mir? Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne das Wasser. Kannst du bitte brennen, das ist doch nur noch Glut. Keine Ahnung, mei, jetzt hab ich fast gar kein Leben mehr. Siehst du die Brennen? Nee, ich seh's gar nicht. Hab ich die an den Händen? Ich seh's nicht richtig. Doch, du hast was an den Händen. Aber nur an den Händen. Du hast nur ein paar Sachen an den Händen. Ja, du hast nur ein paar Sachen an den Händen. Ich glaub, das ist noch nicht... Ja, unsere Mauer irgendwie, das ist ja... Wir sind echt nicht vorangekommen jetzt. Was denn? Warte, ich tu jetzt noch einen Baum fällen. So, und ich? Wie schau ich aus? Auch nur in den Händen, oder? Wo ist denn so? Ich tu den Baum mal weiter fällen, bis du da bist. Ah, Re! Wer bist du da? Ach, dann können wir auch die Sachen teilen, das ist ja mal geil. Das war ein bisschen unlo... Ey, das wollte ich nicht. Hast du was in den Schrank schon reingetan gehabt? Ne, ich hab noch nichts reingetan. Ah, gut. Da passt auch pro Regal nur vier Sachen rein. Das ist echt armless. Was? Und es ist das Große? Ja... Naja... Ich muss mal was essen. Ah, in der Nacht sehen dich die Tiere nicht so gut. Ich komme richtig auf dich zu. Na gut, ja. Jawoll, ich hab's erwischt. Echt schön. Vielleicht mal häuten. Und ich muss mal wieder Steam of offline stellen. Ah ja, das nervt jetzt leicht. Also... Bei mir noch nicht, aber... Gut... Gut, was du sagst für die nächste Runde dann zum Aufnehmen. Jetzt pass auf. So, welchen Baum hab ich denn da jetzt gefällt? Na, leg ist er. Oh man ey, in der Nacht in den Wald gehen ist das echt... Das ist echt hart, ne? Aber ich komme mit. Oder wollen wir einfach schlafen? Ach ja, komm, schlaf mal. Ach, wir haben die denn nichts zum Schlafen, ne? Ah, wir vergessen das immer wieder. Wir brauchen Hafenfeld, verdammte Kacke. Ja, aber wie hier... Hey, das nervt mich so'n bissl. Oh, hoffentlich kommt der Stein jetzt nicht... ...zurück... Ne, der ist schon klar nicht, glaub ich. Äh, wie viel Federn hast du denn eigentlich jetzt? Warte, Inventory... Ich hab genau... ...eine. Federn, ähm... Die ist oben beim Rucksack normalerweise. Ah ja, ich hab... ...sieben. Sieben? Sieben? Alter! Wo kriegst du so viele Federn her, Alter? Ja, ich hab ähm... ...Dinger gekillt. Vögel. Ja, aber bei mir sterben die nicht. Ich kann draufhauen, wie ich will, die sterben bei mir nicht. Ich versuch' nur mit nem Speer, mit dem... äh... ...passt's ganz gut. Mit dem geht's ganz gut eigentlich. Mache ich am nächsten Tag. Ja, wie, wie machen wir das jetzt? Wollen wir einfach mal versuchen weiterzubauen in der Nacht? Oder... ...wollen wir uns jetzt schnell in den Shelter bauen, ein kleines? Ja, komm rüber, gehen wir das. Bauen wir halt schnell. Da-da-da-da, dreh dich. Ah. Scheiße, ich hab keine Sticks mehr. Hast du noch Sticks? Hm. Nein, aber wir müssten noch welche da drin sein. Ja, komm, wir beide nehmen komplett leer hier. Hau rein. Alter. Einer noch fix. Ich hab schon. Na, ich kann noch nicht schlafen. Nein, ich auch nicht. Hahaha. Ja, aber speichern wenigstens. Ja, ja, speichern ist schon mal gut. Na gut, dann müssen wir halt in der Nacht bis weit arbeiten. Na, scheiße. Wir müssen wieder ein bisschen ausdauern. Eigentlich Folgenende, oder? Schon langsam. Was? Folgenende zu langsam. Ja, ja, stimmt, ja. Schon, oder? Ja. Sollen wir das jetzt machen und dann, wenn wir, dann am nächsten Tag sagen wir wieder Hallo? Ja, ich glaub so können wir das machen. Schon, oder? Oh, ich hab, jawoll. Was denn? Ich hab nen Vogel erwischt. Wie viele Federn gibt's denn das? Hä, ich hab trotzdem keine Federn. Würdest du mich für scheiße an? Ja, die fliegen immer davon. Du musst... Nein, ich hab wirklich gekillt. So. Ja, da fliegen aber die Federn, ich muss wechseln. Lass mich rein. Lass mich. Ja, gut dann. Ja. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuschauen. Ja, und... Jetzt gehen wir ne Runde schlafen und dann ziehen wir uns gleich wieder, oder? Ja. Bis klar. Ciao.